In guten wie in schlechten Zeiten, für immer einer von uns. Und in Nummer 10, der Ernst Dresdung bleibt Christoph! Christoph war ein einzigartiger Typ, also er war ein Teamplayer auf dem Platz. Er ist sehr sozial eingestellt und hat viele Dinge mit der Mannschaft gemacht, aber auch für Kinder durchgeführt und ich glaube, er ist viel zu früh von uns gegangen. Musik 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 Musik